k-k-k-k-ste gut, 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 gut sammeln wir mal ein Röstbarsch da kann ich jetzt kochen ja, aber jetzt weg, 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 weg und dann nehmen wir so, aber jetzt, nein, nein nicht brennen, nein so, aber jetzt ähm, genau in die Hand machen wir mal drei Äpfel was kommt denn raus bei drei Äpfeln Kochobst ja, nehmen wir drei Herzen next one so, was ist, wenn ich da jetzt diese Ausdauerpilze nehmen ausdauerpilzspieß ja, nehmen wir auch ja äh, wo Pilze da da, da da, da 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 bildzspieß ok So, und dann nehmen wir noch einen Apfel dazu, genau, tschak, bin gespannt, was jetzt da raus wird. Dubiose Matsche, scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für zartbeseitete. Cool, okay, wir sollten nicht allzu viel experimentieren. Ähm, gut, also, na, na, äh, 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 äh. Fischspieß mit Pilzen. Okay, ja, guck mal, was hab ich eigentlich schon alles gekocht? Ähm, oh, boah! Oh, dubiose Matsche, wenn ich die esse, was passiert dann? Oh, nix, und ich hab mir gedacht, er kotzt sich an oder sowas. Oh, okay, weiter geht's. Dein Apfel, Apfel und Pilz. Dadadab, 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 dadab, bullpuh. Oh, Fischspieß mit Pilzen. Okay, so, ich glaub, wir haben jetzt genug gekocht. Da liegt noch was. Halspfeil. Horn. Bling. 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 Da liegt noch ein. Ja genau. Gut. Zerbomben wir mal die Kiste. Dack. Duck. Dick. He he. Und? Ah. Okay. Da liegt auch noch was. Ach so. Das ist mein Schild. Und das ist ein Bockstab. So. Aber jetzt wollen wir uns, dass es in der Kiste ist. Was haben wir denn da drin? Am Perlstein. Ich habe noch keine Ahnung, wozu ich die brauche. Ich habe da doch was Glitzer gesehen. Yey. Holzpfeil. Gut. So da. Aber jetzt schauen wir runter zu dem Turm. Moment. Was ist da? Das ist mein... Nein. Ja. Das ist doch mein... Wo war nicht dieser hohe Turm? Der war doch da unten. Der war doch. Ah. Da ist er. Da ist er. Cool. Ist da oben eine Kiste? Yey. Kann ich da rauf wettern? Wir können es mal probieren. Hopp. 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 Sollt sich ausgehen. Sollt sich ausgehen. Ist das mal so? Komm, Glitterli. Glitter, 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 Glitter. Uh. Warum verlierst du jetzt mal so viel? Oh. Wo bin ich da? Okay. Aber. so was haben wir da hals frei wieviel pfeil 44 pfeile habe ich jetzt so und abwärts bei regen werden alle oberflächen nass kein gutes wetter um zu klettern ok jetzt kann ich eh schon runterspringen so ich wollte eigentlich schon was das da unten ist ich komme nicht darauf chili 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 schmeckt euch was nicht da oben ok wir müssen eben ein schild loswerden bock 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 und tschüss und das nehmen stachel bock schild gut und dann noch ein bisschen was ist das eine frage toll na was ist mit euch da oben und dann noch chili und noch ein chili ihr könnt mich nicht angreifen oder ich meine ich euch auch nicht aber schüttet ganz schön starker regen so wie komme ich da hoch ich meine nicht dass ich jetzt drauf will aber wie käme ich da hoch kann ich da hochklettern oh was ist das soldatenschwert ok was schmeißen wir weg also das ist mein altes schild und die da oben kocheln wieder ähm ja gut äh komm ich da rauf ja ah es regnet ja das ist aber ich glaube ich werde eh nicht weiter kommen aber wie kommt man darauf ich kann ja auch schon nicht von irgendwo mit dem paragleiter hin segeln oder so oder äh ich will aber gar nicht drauf da unten sind gegner da unten sind welche was ist da vorne was ist das da unten sind keine kisten kann ich da mit dem parasegler da unten beruf gehen die würfel aah aah den muss ich wahrscheinlich jetzt da a a a a aú nein okay ich will den da jetzt da a a a a a aaaaa Na komm, wie kriege ich denn da rein? Oh, nein, nein, ja, ja, nein, nein, ja, nein. Ja, so, stell dich gerade hin, Kind. Nein, nein, so, so, ja, jetzt, nein. Ja, ja. Oh, ja, hab ich, ich hab dich entdeckt. Halt du, jung, ich dachte, oh, das hätte ich mal, ja, eigentlich logisch, aber ja, ich halt. Da unten ist wieder so ein Kletterturm. Ah, okay, kann ich da jetzt rüberkleiden? Gucken wir mal. Die Bau, wow, yay. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Feinde da. Weil ich da vorne doch irgendwelche Rollsteine gesehen. Wo waren denn die? Rollsteine, da seid ihr auch schon. Gut, dann rollen wir die mal darunter. Okay. So. Geht das nicht? Der bewegt sich nicht. Warum bewegt sich? Ah, jetzt bewegt er sich. Und? Und? Okay, jetzt scheint's nicht. Äh, okay, ich hab wahrscheinlich nicht alle getroffen. Ach, was, Äpfelchen holen wir uns noch. Wippa! Ah, da ist noch was. Krass, 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 krass. Was ist da? Ne, erst mal die Feinde da unten. So, ähm, ja. Da oben war mein Krog. Mein Selbstentdeckter. Aha. Lackerfeuer. Was ist denn das? Das ist eine Art Druckenkopfhöhle. Ah, die hab ich ja da ganz am Anfang auch schon mal gehabt. Okay. Gut. Ah, kann ich dich von da oben einfach mal abknallen? So, ja. Müssen eigentlich gehen. Oh, bäng. Hehe. Ja, ja, schrei nur. Blas nur. Boah, das geht jetzt aber. Das geht jetzt aber. Und, so, jetzt ihr zwei. Äh, ein bisschen vor. Bissl vor. Juhu. Zack. Tuckoo. So, und jetzt dich. Ne, komm. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja, spring nur. Reg dich auf. Ne, geh. dann bombe ich dich halt wieder so nicht nein nein nicht und nein nee nee geh so au der wirft mit steinern hör auf nein au hast du nein gut daneben so weg 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 nicht den stein schieben so die bombe nehme ich bevor ich wieder unabsichtlich in die luft spreng aber ich hab meinen bogen jetzt ziemlich oft benutzt was haben wir da sammel 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 so jetzt schmeißen wir jetzt nämlich weg genau nein genau nein ja so und wir nehmen stattdessen